Willkommen zurück, mein Name ist der EXOVEC 4K. Heute müssen wir bzw. ich muss den Radio sein erfinden, da sind wir ja stehen geblieben. Ich werde das Spiel einfach mal starten. Heute werde ich Ihnen zeigen jeweils eine Mission und jeweils eine Koop und jeweils eine Zeit für einen kleinen Ammerklauf und nebenbei werde ich noch einen kleinen Missionsaufträge führen. Auf die Tube drücken. Auf die Tube drücken, genau. Oh yeah, du hast einen Jumper. So. Ah, da musst du doch gerade auskönnen. Jetzt überfahren wir den hier. Bam, bam. Zwei Stück überfahren. Ja, ein Jumper. Ich könnte mal kurz noch einen Marker-Empchen setzen. So, er wird unterüberfahren. Und er wird unterüberfahren. Ja. Ja. die 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 aber auch schon genau den Sender zum Laufen genau, bringen wir den Sender mal zum Laufen oh, steht ganz schön viel ein das Ding hier was soll das daun sein? Ja, ist daun dann mal auf, auf ins Gefecht na, ich werd vorher noch mehr Dings suchen äh, ausrüsten, ausrüsten, ob sie da wieder falsch reingegangen so, Koop weiterhin gestartet diese Gefechtstürme werden uns weiter unter Beschuss nehmen, bis wir den Generator ausschalten jetzt gehts los Generator deaktiviert die Gefechtstürme haben mit dem Feuern aufgehört ok, Zeit zu gehen was, Zeit zu gehen oh, gierig Feuerei ok 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 müssen wir eine Anhörung suchen ja, nee, lol kommen wir nicht durch ja, ja, muss ich das an mal ranzjampen ah ja, wala, ja Das ist unser Planet Anders das ist unser Planet mathematically röjke vor Die sind überall! Puh, das war knapp. Keine Ahnung, was du siehst, aber hier seht ihr nicht überall. Dann legen wir mal los. Jetzt geht's los. Okay, dann. Ah, wieder rüber hier. Ich geh da mal von hinten rum rein. Ich hoffe mal, das ist nicht so, wie ich das vorstelle. Oh, wenn das geht. Eine Anhörung. Fangt schon mal an zu beten. Rücke vor! Da. Da. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. ein mal eine konkurrennung muss nicht in der richtung Schmühle aktivieren. Die Gefechtstürme sind ausgeschaltet. Das war nicht knapp. Nach dem Server, wenn er neu aufgelandet ist, will ich es nochmal. Das war knapp. Mein Muni füllen hier. 250 Stück. Nach oben ist das Teil, muss ich ihn kurz aktivieren. Ach, die alte ist ja schon da. Ich gehe rein und sie heult. Fangt schon mal an zu beten. Und zieh euch! Wir ergeben uns nicht. Vorwärts! Macht euch bereit! Torvald Sterben! Torvald Sterben! Torvald Sterben! Der Feind! Der Feind! Du wirst sterben! Schatter! Schatter! Zwei die hour Blankdomen. Stille auf mich! Das ist unser Planet! Boah! Wir haben einen Sniper noch an. Boah, wir haben eben... Wir haben einen Sniper. Wir haben einen Sniper. Wir haben einen Sniper. Boah, genau. Rett sie zurück! Puh! Puh! Ich hoffe mal, dass wir das schaffen in der Zeit, bevor der Ruder hier runterfährt. Beziehungsweise der Server. Ah, wie weit bist du denn? Ach so, wir müssen da hinten hin, sehe ich gerade. Auf der kleinen Mimimap. Da ist oben oder unten. So, ein kleiner Sniper hier. Ich gehe rein! Auf zum nächsten! Naja, dann kann ich hier wieder wohl latschen. Boah, ich hoffe mal, das schaffen wir noch in der Zeit. Ja, genau. Ja, genau. Hier war ein Gefächtsturm nur. Ey, aber man kann hier nicht durch den Fenster jumpen. Das ist doch unglaublich. Echt ans Außen rumlaufen. Na, na, das kann... Das ist ein großer Kerl! Sei vorsichtig! Pech gehabt! Tja, da lag der Große mal auf dem Boden. Tja, da lag der Große mal auf dem Boden. Tja, da lag der Große mal auf dem Boden. Da haben wir schon immer nur Sorgen, dass der Server hier gleich runterfährt. Ah, ja. Keiner von Marken mehr, ne? Naja. Komm da schon. Leilig! Oh, Schallah! Es geht keine Handlung! Oh, ich... Ja! 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 Oh, erstmal Schatz. Du werst sterben! Fast fertig! Los, Railroad! Lass ihn kränz! Jetzt geht's los! Jetzt geht's los! Ja, ey, komm, das drücken wir jetzt auch nicht mehr hier. Boah, auf jeden Fall gibt's auch noch. Ah, das ist aber. So, ich glaube mal, wir schaffen es. Und auch vorher. Hier ist Cass Dukar mit einem Livebericht aus dem Sender KTAM. Wo zwei Archenjäger den Job der E-Rap-Soldaten erfolgreich erledigt haben. Hört ihr mich? Wir haben verstanden. Laut und... Ja! Na also, Grant! Wir haben Männer im Umkreis, die Anrücken und die Position... Was zum Jeck? Jetzt schicken sie Hilfe? Wir haben schon alles erledigt. Danke. Wir wissen das zu schätzen. So, Mission abgeschlossen. Entwarnung. Das Gebiet ist gesichert. Schlechte Nachrichten. Diese Gatschika-Funkantennen sind offline. Ich weiß, das nervt. Aber du musst sie neu booten. Okay. Wir müssen neu booten. Wir fahren mal die neu booten. Sage ich mal... Ich fahre ExoBlack 4K. Ich verabschiede mich. Tut mir ein Like geben. Oder auch nicht. Gib mir einen Kommentar. Oder auch nicht. Ihr seid die Besten. Bis zum nächsten Mal. Ich sag mal, ciao. Bye, bye. Bye, bye.